Lorenzo, Alter. Mit einem weißen Hemd. Mehlschelle. Kauft sich viermal, fünfmal Zeva, sechsmal... Lorenzo hat sich sechs Packungen Klopapier gekauft, Freunde. Sechs Packungen. Jungen, da kann ich doch jetzt gleich schon wieder Klopapier nachbestellen. Oder? Also real talk. Wenn der sechs Packungen kauft, dann bestelle ich gleich drei Packungen. Direkt. Oder, oder... Passt der Preis noch von meinem Klopapier? What? What? Klopapier war gratis! Klopapier war auf null Euro! Wie? Lorenzo hat sich sechs Grate... Deswegen mache ich auch keinen Umsatz! Die Leute nehmen sich einfach gratis Klopapier mit! Lorenzo hat gerade 80 bis 90 Euro Klopapier geklaut. Fuck you, Lorenzo! Das ist